hmmm ok jetzt haben wir eine Nuss bekommen aber wie hilft die mir weiter gucken wir erstmal die restlichen putzen durch und und Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich weiß jetzt nicht, ob ich die alle in der gleichen Farbe hier machen muss oder wo jetzt der Sinn besteht. Hm, oder müssen sie alle unterschiedlich sehen. Oh. So, dann kommt der Pilz jetzt auch noch dran. So, dann kommt der Pilz. Okay, wir müssen uns vergrößern, aber ich weiß gar nicht. Oh, Gott. Wie groß wir werden müssen. Oh, da, Trutan, Trutan. Yeah. Cool. Hat das also doch was gebraucht. Hm? Ah. Lassen wir den auch nochmal ran. So. Oh. Oh. Ah. Oh. 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 Oh oh... Nein! Ich frage mich, ob es bei den anderen Fähren auch eine Möglichkeit geben würde, den Truthahn zu bekommen, aber ich glaube es irgendwie nicht. Äh, jetzt glaube ich, waren wir da. Ja, nur die... ...münze einwerfen. Jetzt regnet's. Ich muss da bestimmt irgendwas wachsen lassen. Okay... Ich bin nicht in dir Okay, er wird scheinbar auch was kriegen Dann gehe ich erstmal da lang UHHH Was soll ich damit machen? Jetzt ist die Butze im Dunkeln. Ah, und das Vieh schläft. Ah, okay. Hier, kriegst du eine Nuss. Okay. Okay. Aber wie abgedreht das Ganze hier auch einfach nur ist. Okay. 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 Mal gucken wie lange das ganze geht. Bis zum nächsten Mal. So, 3-0. Oh, das war, glaube ich, der Siegpunkt. Ja, cool. So, sieben haben wir. Klasse. Waren wir hier schon drin? Ich glaube nicht, oder? Nee. Schneemann hier auch noch. Oh. Scheinbar müssen wir irgendwie... ...das Vieh rausschießen. Ah. ...und es ist unsers. So, und dann gehen wir wieder auf Entdeckungsreise. Oh. So ein Ding brauchen wir auf jeden Fall. Okay, scheinbar müssen wir jetzt unseren Freund befreien. Oh, Mann. Ah. known Ouais. Oh. 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 Ah.